24. August Nathaneel Bartholomeus Der Apostel Bartholomeus war dem Namen nach der Sohn eines Thulmai, eines Furchenziehers, also eines Knechtes. Er gehörte zweifellos zu den Jüngern Jesu und zum Kreis der Apostel. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er auch der Nathaneel Bartholomei aus Cana in Galiläa, dessen Berufung im Johannes-Evangelium ausführlich geschildert wird. Demnach hätte Bartholomeus bereits mit Johannes dem Täufer sympathisiert und wäre der jüdischen Gruppe der Schriftgelehrten zuzuordnen. Am See von Genesaret gehörte er schließlich zu den Zeugen, die dem Auferstandenen begegnen. Nach der Himmelfahrt Jesu soll er das Evangelium Christi in Indien, Mesopotamien und Armenien gepredigt haben. In Armenien soll er auch das Märtyrum erlitten haben. Ihm soll die Haut abgezogen worden sein. Anschließend habe man ihn kopfüber gekreuzigt. Im 6. Jahrhundert glaubte man, seine Gebeine auf der Mittelmeerinsel Lipari bei Sizilien gefunden zu haben. Die dortige Grabeskirche wurde nachweislich 831 von den Sarazenen zerstört. Kaiser Otto II. brachte die Gebeine 983 nach Ruhm. Dort werden sie bis heute in der Kirche San Bartolomeo Al Isola verehrt. Frieden, Wohlstand und Zukunft Die Heilige Schrift gibt wenig Auskunft über Nathanael Bartholomeus. Oft aber sprechen die Bilder der Bibel eine eigene Sprache. Nathanaels Berufung geschieht unter einem Feigenbaum. Dieser gehört zu den Bäumen, mit dessen Früchten Gott sein Volk Israel gesegnet und ernährt hat, wie wir im Buch Deuteronomium lesen. So wird der Feigenbaum zum Symbol für Frieden, für Wohlstand und auch für Zukunft. Der Ort der Berufung beschrieb ihren Sinn. Der Apostel muss ein Mann des Friedens, des Wohlstands und der mit Gott gestalteten Zukunft sein. Die Kirche Christi nennt sich apostolisch und beruft sich damit auf das Zeugnis der Apostel, dass das Erbe aller Gläubigen ist. So wie der Apostel Bartholomeus im Namen Gottes einsteht für Frieden, Wohlstand und Zukunft, so scheint das nicht unattraktiv. Doch jeder weiß, wie schwer es manchmal ist, schon in der eigenen Familie Frieden zu wahren. Und Wohlstand zu erhalten oder zu erwerben, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Ohne Ängste in die Zukunft zu gehen, ist heute eine Gnade. Der Himmel hat Hilfe dazu gegeben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!